Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 26.02.2024. Und ja, war ein bisschen Luft raus bei unserem DAX. Der ist zum Freitag eigentlich unter den alten Hochs hängen geblieben. War im Grunde aber auch erwartet worden. Wir hatten gesagt, dass er vielleicht noch die 450 um ein bisschen bedienen könnte und von dort dann wieder abwärts pendeln durfte. Wir haben in der Nacht dann schon angerissen gehabt. Damit konnte er sich das Aufwärtsgib hier sparen, weil er in der Nacht schon runtergetreten wurde. Er hat es dann im regulären Handel auch nochmal probiert anzustoßen, aber ist nicht rübergekommen. Damit hat er jetzt erstmal keinen weiteren neuen Hochkurs bestätigen können, vor allen Dingen aber auch nicht halten können. Also er hat jetzt zwar ein neues Hochgesetz, aber das eben nicht gehalten bekommen. Direkt die Kerzen wieder runtergezogen, auch per Schlusskurs sehen wir das hier, und sich abgedreht. Sollte das zum Montag ähnlich laufen, könnte er sich dann tatsächlich auch ein bisschen stärker uns geschießen, als das jetzt am Freitag passiert ist. Also er hätte ein bisschen mehr Rückfallrisiko. Allerdings auch ein bisschen mehr Platz oben. Also ich würde jetzt die 450 dann sozusagen jetzt aufgeben und das ein bisschen nach oben verlagern, an der Linie entlang. Hier im Bereich um 480 bis 500 im weitesten. 480 bis 500 wäre jetzt nochmal sowas, was zum Morgen erreicht werden könnte, aber sehen wir den dann von dort auch wieder deutlich abverkaufen. Wäre A, sofern es dann einen Aufwärtsgap gibt, der Gap-Kluss drin und alles, was tiefer geht, dürfte dann auch wieder Richtung 360 und dann eben auch mal wieder 310 führen. Ja, der könnte gut und gern hier oben von 480 bis 310, könnte er durchschladen bis in den Dienstag. Das wäre drin und wenn er dann da unten steht, wird es ein heißes Eisen, ob wir dann hier den Gap-Kluss hier noch zu 1,50 kriegen oder 1,60, was das hier ist oder dann schon von so einer 310 wieder aufblühen nach oben, sag ich mal. Aber das Potenzial, dass der sich hier ein bisschen verklemmt auf dem Niveau, das ist nach wie vor existent und ich könnte mir gut vorstellen, dass er hier auch noch ein bisschen seitwärts, der quasi zur Seite einfach schieben kann, dass er uns das seitwärts noch ein bisschen beehrt. Abweichen würden wir, wenn wir über der 480 rausgehen, über der 500 auch rausgehen, obere Bandbereiche, nächstes Ziel wäre dann so um 7,55, 17,55, 17,560 ist dann auch die nächste Zielstation auf der Oberseite und wenn er dann aber aus der Linie rauskommt hier, muss man auch ganz krass sagen, hätte auch das Zeug an dem oberen Band einfach wieder zur Seite zu laufen, die Linie vielleicht von oben nochmal abzuholen, dann weiterzulaufen in die nächsten Station rein, das wäre dann 650 und Höheres. Ja, das heißt, oben können wir uns am Montag wahrscheinlich gut an der 480,500 orientieren, wichtig aber eben, wie reagiert der Neues hoch, wenn der 1 kommt, kommt denn keins, bleibt es weiterhin dabei, dass die unten Rückläufe Richtung 360 und 310 erwartet werden sollten und dann muss ich im Bereich um 310, 280 zeigen, ob er dort dann wieder auftritt und auf Range spielt, dass er einfach wirklich ein paar Tage zur Seite herumhampelt oder dass er es eben nach unten noch auflöst und dann hier primär in den Gap-Plus rein stößt. Also das wird dann ein wichtiges Bewegungsziel und eben auch die 17,80 von oben, diese ganzen Hochpunkte hier, die einmal nochmal abzuholen, wäre auch nochmal legitim. Wartet mal, 17,80 war der Hochpunkt hier. Ja, der, das war hier 17,50, 70,60, ja, aber die 17,80 und die 17,150, das wären von oben dann die Anlaufpunkte, ist aber für mich nur relevant, wenn eben die 310 gebrochen wird. Ja, ich gehe eher davon aus, dass er auch eine 360 nochmal verteidigt, das sind 310 verteidigt, auch eine 410 verteidigt, wenn er von oben da drauf kommt, sind jetzt alles klassische Rangemarken, der Markt ist noch im Aufwärtstrend, da würde ich noch nicht zu viel Umkehrfantasien aufkommen lassen, auch wenn es ja auf diese zwei gleich langen Aufwärtsbewegungen durchaus passen würde, wenn der Markt ja auch stärker reagiert. Das würde gut reinpassen und dann wäre auch eine Bewegung auf eine 17,150 auch nur ein erster Teil einer solchen Bewegung, dann würde er nochmal kurz zurückkommen, nochmal gut und gerne in die 350 reinsteigen und von dort dann nochmal runter Richtung 17,080, 17,050 stechen. Ja, also das wäre dann so ein dreiteiliger Aufbau, würde hier auch gut reinpassen. Aber gucken jetzt erstmal, wie er reinkommt, wie er sich mit einem neuen Hochs verteidigt, wie er sich da oben an einen neuen Hochs schlägt, wie verhält er sich im Bereich 480, 500 zu Fernenden kommt oder vielleicht auch tiefer dreht, ja, also auch wenn er vor 480 dreht, wäre das eher ein Indikator dafür, dass er da runter nochmal will, dass er tiefer nochmal ausholen will, unter die 360 auch nochmal drunter geht Richtung 310. Ja, da würde ich jetzt so meinen Fokus setzen für den Montag und deswegen nicht alles ganz so durch die rosa Brille sehen, außer er kalumpiert uns halt wirklich hier durch die 450, 480, 500 durch, auch nach 10 Uhr neue Tageshochs und so weiter, dann kann das hier schon Richtung 55, 65, als auch 650 gehen und dann wäre er oben sogar auf Tageschart, der gibt Platz bis 17.800, wenn er die Bastion jetzt hier knackt, na, also wenn das hier durch ist, dann wird hier oben erst wieder bei 17.800 bis 18.000 hochinteressant. Na, das ist jetzt hier eine Bastion, an der kann er sich bestimmt noch ein bisschen auskämpfen noch und wenn er hier eben nicht wegknickt und komplett wieder einbricht, dann ist das da oben definitiv auch noch machbar. Gut, das soll es soweit von meiner Seite sein und dann wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen, mach hier zu und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank.